Hallo zusammen, in diesem Video geht es um die Gasflasche und die Frage, ob die Gasflasche bei der Entnahme auch mal liegen darf. Bei uns landet immer mal wieder diese Frage, meistens aus den Gründen, dass die Gasflasche nicht in den Unterschrank des Gasgrills passt, oder dass es die räumliche Situation einfach nicht zulässt, dass die Gasflasche hier steht, sondern dass es komfortabler wäre, wenn die Gasflasche liegen würde. Aber, und bitte jetzt ganz genau aufgepasst, die Gasflasche immer so positionieren, dass sie aufrecht steht und dass sie nicht umfallen kann. Auf gar keinen Fall aus einer liegenden Flüssiggasflasche Gas entnehmen. Warum? In den Propan- und Butan-Gasflaschen gibt es zwei Phasen. Am Boden ist verflüssigtes Gas, das wiederum verdampft und oberhalb ein Gaspolster bildet. Mit diesem Gaspolster könnt ihr beispielsweise Gasgrills, Gaskochfelder oder andere Gasgeräte versorgen. Problematisch wird es, wenn die Gasflasche liegt und nicht nur aus dem Gaspolster entnommen wird, sondern flüssiges Gas über das Gasflaschenventil in die Leitung und letztendlich auch zum Gasgerät strömen könnte. Das kann massive Schäden hervorrufen an sowohl der Schlauchleitung als auch am Gasgerät und im schlimmsten Fall auch bei Mensch und Umwelt. Zusammengefasst die Gasflasche bitte immer so stellen, dass sie aufrecht steht und nicht umfallen kann und nicht aus platztechnischen oder aus ästhetischen Gründen aus einer liegenden Gasflasche entnehmen. Wir sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir würden uns freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt oder unseren YouTube-Kanal abonniert.